Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Info-Video und zwar heute Abend ist schon wieder Livestream. Ja, ihr habt es richtig gehört, heute Abend ist schon wieder Livestream, 18 Uhr auf Twitch geht's los. Wir wollen mit euch das neue Jahr 2015 begrüßen. Happy New Year sozusagen Livestream, 18 Uhr auf Twitch mit dem lieben Sachsen-Netzprayer. Mal gucken, Klick ist vielleicht auch noch dabei. Wir werden mit ETS 2 starten, mal schauen, was wir dann noch so machen, vielleicht sogar noch ein bisschen Minecraft gestrandet oder so. Mal schauen und ja, wie gesagt, heute 18 Uhr auf Twitch, ETS 2 auf jeden Fall, damit geht's erstmal los. Ich muss unbedingt Level 25 werden, um den 770 PS, nee, 730 PS Scania Motor zu kaufen. Mehr Power, mehr Power. Ja, Leute, ich hoffe, ihr seid dabei, 18 Uhr auf Twitch, ich freue mich schon riesig auf euch. Bis dahin, tschüss. Vor allen Dingen bin ich gespannt, wie ihr euer Silvester verbracht habt und wie fertig einige von euch noch sein werden. Bis dahin, tschüss.